Yo, was geht Freunde, YT hier und herzlich willkommen, wir spielen Plans vs Zombies und nach dem Update, Freunde, ja, das Update kam am Dienstag und, ähm, Freunde, ja, was ist neu? Ja, da ist der Teil 1, Freunde, da ist der Teil 1, ja, ein weiterer Teil zum Update, Freunde, also, eine neue Karte zum Bopolis, mein schlechter Name, muss ich sagen, neue Charaktere, Gift, Citron, Frühstücksbrains, 1200 neue Anpassungsgegenstände, Bravo, Anpassung der Spielcharakter, Ballons, Gameplay-Verbesserungen, ähm, 1200 neue Sticker, Freunde, darunter sind natürlich wieder Bronze, Silber, Gold, Diamant, Platin, Edelstein und haste nicht gesehen, ja, Freunde, ähm, finde ich ein bisschen überflüssig, aber ist egal, ja, Freunde, wir wollen Frühstücksbrains, wir wollen den Giftbrains haben, ja, das steht wohl mal ganz, ganz klar fest. Und dafür, Freunde, dafür öffnen wir die neuen Pakete und zwar verrücktes Sombopolis-Pack, enthält 5 Gegenstände, ist eine Mischung aus Sombopolis-Gegenständen und Einmalhilfen, enthält außerdem eventuell ein Spieler-Charakter-Teil für Gift, Citron oder Frühstücksbrains. Wir, Freunde, öffnen, ähm, 30 Pakete, heißt für 1,2 Millionen geben wir heute auf, ähm, geben wir heute aus und, ähm, leider sind nur 5 Gegenstände für 40.000 Münzen, ist, finde ich extrem krass, muss ich sagen, ja, Freunde, aber wir probieren das aus, ja, Freunde, ich will die neuen Charaktere haben, deswegen auf los, geht's los, drückt mir die Daumen, Freunde, ja, für das erste Paket. Ja, Sonnenscheinwerfer, Pflanzenfinder, Zeitungszombie, ständige Stängel und Backsteinköpfchen, okay. Okay, zum Anfang fangen wir erstmal klein an, Freunde, ne, gleich, Freunde, gleich kommen die richtigen dicken Sachen, dann rasten wir aus, so wie jetzt zum Beispiel. Da ist der erste Charakter-Teil für den Gift, äh, Gift-Citron, jawohl, jawohl. Ja, so muss es sein, Freunde, ja, läuft doch schon ganz gut, ne, 1, 2, 3, 4 Teile brauchen wir ja noch, passt so, Schallschutz, sinnliche Wimpern, Rosenwickel, Terrakottakraut, so, das war doch schon mal nicht verkehrt, das war doch schon mal nicht verkehrt, Freunde, würde ich sagen, ja, das läuft ja schon mal ganz gut hier. So, Klapperwickel, Spitzenidee, Gänse, Blumenkette, schicke Schwimmhaube, selbst wieder Belebung. Da ist halt 2 unseres Gift-Citrons, okay, okay, Freunde, der ist definitiv drin, muss ich sagen, und deswegen habe ich auch in den letzten Wochen auch kein Pack-Opening gemacht, ja, weil ich das schon mitbekommen habe, ja, und deswegen, Freunde, habe ich auch meine restlichen Münzen gespart. Jetzt wisst ihr Bescheid, Freunde, jetzt wisst ihr Bescheid, so, 2 Teile haben wir, fehlen nur 3. So, Steampunk, Stangen, Tintenfisch, Schnäuzer, Maishörnchen, oh nein, Eimer-Zombie, Lila und Gorillen. Wie sieht's der Mausbild, was goldene mir, Fernlicht, FM-Gestell, Professor, aufgemalt, Raketenroboter. So, was goldene ist, wäre auch mal ganz cool, einmal so die Musik wieder hören, ne. Traumurlaub, Björn, äh, Bini, nein, das ist voll cool, das ist richtig gut. Wisst ihr auch warum? Weil das ist, ähm, für die Leute, die WWE gucken, ja, New Day, Freunde, New Day, richtig geil, ey, haha, wie cool. Hey, Gifty, ruhig, Gifty, ruhig. Da ist Teil 3, so, den Gifty kriegen wir, den Gift Brains, ach, den Gift Zitron kriegen wir definitiv heute voll, ja, den kriegen wir definitiv heute voll, ja. Da bin ich jetzt mal, bin ich jetzt einfach mal so ganz frei, ja, Freunde, den kriegen wir definitiv heute voll, muss ich sagen, ja, definitiv. Ähm, so, der, der, die Gifterbse gehen mir gerade ein bisschen auf den Zeiger, muss ich sagen, deswegen hab ich mal gewechselt. So, weiter geht's. Next Pack, please. Tinfisch, Neuzer, Lolli, Linsen, Backstein, Händel, Bananenhörner, Bananenhörner, nein, Dr. Halsam, alles klar. Ah, komm schon, komm schon, komm schon, zwei Teile noch, Digga, komm, zwei Teile noch, Digga. Feuriges Glück, spitze Brille, 3D Brille, Kraut, komm, Digga, komm, Digga, zwei noch, komm, mach fertig, yeah. Polkadot Blende, Lava Gliedmassen, ach, Lavalampen, nein, guck mal, wie geil. Äh, Kopfmontur, Doppelbieren, okay. Bitte, bitte, bitte gib mir meine letzten beiden Teile, Tintenfisch, Neuzer in Gold, das haben wir gerade schon noch mal bekommen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Zack, Freunde, Frühstücksburens am Start, das erste Teil, jawohl, sehr gut. Lalalalalalalala, läuft doch, eigentlich läuft's, oder? Pusteblumen, krass, ist lecker, komm schon, komm schon, komm schon, 600.000 haben wir da, noch, noch, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ha, wenigstens ein Charakter jetzt in dem Pack-Opening hier voll bekommen, wenigstens ein, ey, komm, mal mini Fetti, Alter, komm. Komm, hauch einen raus, hier, 600.000 haben wir noch. Komm schon, 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 komm schon. Kannst du mir auch gerne mal was Seltenes geben, ja, ne, was Episches? Würde ich auch gerne mal nehmen. Komm schon, Mann, 400.000, noch etwas über 400.000, Alter, da muss doch noch was drin sein, Freunde, da muss doch noch was drin sein. Komm schon, komm schon. Jawohl, feuriges Glück in Silber, jawohl, yeah, yeah. Komm schon, bitte, bitte. Komm, Mann, komm schon, komm schon, ich glaube, ich wechsle mal hier die, äh, wo war der noch? Da, ach da, genau. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm, 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 komm. Jetzt haben wir noch 400.000 Münzen, das sind noch 10 verdammte Pakete, Alter, 10 verdammte Pakete. Ja, Mann, bitte, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Bitte, komm schon, komm, 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 Mann, hau doch ab mit deinen Silber-Kack-Hier. Mann, mach mir ja den Gift-Zitronn voll. Alter, das fing doch so gut an. Gibt's doch nicht. Freunde, wir müssen alles ausprobieren. Wir müssen alles testen. Ja, das muss klappen. Das muss irgendwie klappen. Wir brauchen noch unbedingt den, äh, wir brauchen noch zwei Teile vom Zitronn. Alter, das gibt's doch nicht. Alter, ich hab nur noch 200.000. Ich hab nur noch fünf verdammte Pakete, ey. Fünf. Vorwärtszombies, Brille, Silber, Blitzlinien, Essbarer-Sticker-Zeitung-Zombie. Jawohl. Und Mann, das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch nicht. Mann, das fing so geil an. So geil fing das an. Und jetzt kommt nix mehr. Ja, schade, ey. Ja gut, ist gut, aber trotzdem schade. Wisst ihr, wie ich mein? Warum für ein Frühstier? Faule Zaube. Nein, das sieht ja geil aus. Das sieht ja cool aus. So, die letzten zwei Pakete für heute. Die letzte, das letzte Paket. Ja, schade. Schade, schade, schade. Gut, Freunde, wir haben gekriegt drei Teile für den Zitronn. Und, ähm, zwei Teile für den Frühstücks-Brains. Ja, sehr, sehr gut. Ähm, wir schauen uns einmal die Taube an. Die will ich mir unbedingt anschauen einmal. Die Taube will ich mir unbedingt mal gönnen. Komm, wisst ihr was, Freunde? Wisst ihr was? Wir geben nochmal 300.000 aus. Ja. Ja. Freunde, wir geben jetzt nochmal 300.000 aus. Aus dem einfachen Grund, dass... Ist einfach so. Ja, ich will das jetzt haben. Ja, dann gibt's beim nächsten halt nur noch 30. Mann, ich will das jetzt haben. Ey, unbedingt. Ich will den Hobel jetzt haben. Mann, das will doch kein Mensch haben, was du mir da gibst. Mann, gib mir den... Zitronn! Vielleicht hilft euch, wenn ich bitte sage. Bitte? Bitte? So, Freunde, jetzt haben wir die letzten beiden Pakete für heute. Wachswähling Gold, Alter. Ich hab's doch schon in Silber gekriegt, Alter. Was ist denn einfach mal mit Behalt, die Kacke? Ja, schade. Leider kriegen wir keinen Charakter heute voll. Ärgert mich natürlich. Ja, danke für den Schallschutz in Diamant. Jetzt haben wir ihn normal in Silber, in Gold, in Diamant. Wow. Wow. Hui, toll. Total schlecht, ehrlich. So, Freunde, wir gucken uns aber einmal eben schnell die Taube an. Ja, die Taube, die fand ich sehr, sehr cool. Pass mal auf. Ähm, Hüte wallert. Da ist sie. Nein, guck mal, wie cool. Haha. Wie geil. Guck mal. Der Täubchen, ey, super geil. Ja gut, Freunde. Schade, kann man leider nicht ändern. Ja, es ist halt so, wie es ist. Ja. Gut, Freunde. Ärgert mich extremst, muss ich sagen. Ehrlich. Ärgert mich echt extremst, weil so viele Pakete und dann nicht alle Teile. Hätte ja bleiben können. Ärgert mich. Gut, Freunde. Egal. Wir sind raus. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ähm, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon die, ähm, neuen Charaktere, ja, zusammen habt. Ja. Und, ähm, ja, Freunde, in dem Sinne. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abo da lassen, keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns nächste Folge wieder. Habt noch einen schönen Tag. Vielen Dank, haut rein. Und, peace. Peace. Peace.